Hallöchen, ich sitze aufs Klo, nein ich bin nicht aufs Klo, aber Leute, hier ist Lampe kaputt, das leuchtet defekt, oh scheitere, es ist halb dunkel, aber Gott sei Dank, oh Leute, wenn wir hier aufs Klo gehen, yeah, funktioniert, hier ist noch Lampe, hier ist noch Licht, Gott sei Dank, Wahnsinn, naja, kann ja auch mal passieren, dass Licht aus ist, aber ja, super, alles toll, hier gibt es auch nur nichts zu mängeln, äh, außer, juh, hey Leute, dort ist Klobürste, warte mal, ich guck euch mal, zeig euch mal die Klobürste hier, Geht das so, ja, äh, guck mal, da ist gut direkt drin, oh, das ist nicht schön, oh, doch gut, dass es nicht stinkt, aber die Klobürste sonst, guck mal, testen, oh, sieht gut aus, hat jemand dich benutzt, oder vielleicht doch, naja, auf jeden Fall sauber gehalten, die Klobürste, aber was unten drin ist, nicht sauber, Toilettenpapier, auch immer alles da, juppa, also, kannst du dich hier hinsetzen in Ruhe, und mindestens dreimal scheißen, weil drei Rollen sind da, wunderbar, so, so, aber alles andere, gehst du hier hin, und wenn jetzt jemand noch auf Toilette sitzt, ne, und du kommst hier rein, Hallo, mach mal Licht an, ja, das ist halt ein bisschen kompliziert, da müsste man noch jemand sagen, hier, oh, oh, mach dir mal hier die Toiletten, äh, Licht, äh, Licht, äh, Licht, 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 ne, also, beim nächsten Mal gibt's bestimmt wieder Licht hier, uh, ciao.